Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen wieder eine Runde Emergency 2017. Wie ihr seht, bin ich heute mit der Facecap hier unterwegs und ich möchte euch einfach mal fragen, wie findet ihr die Facecap? Fäßt ihr gut? Hell? Irgendwas? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, das würde mir sehr viel helfen für die nächsten Folgen, weil ich die Facecap gerne fortführen möchte. Und das wollte ich eigentlich am Anfang des Videos einfach nur sagen und wenn euch das Video gefällt, lasst doch einfach einen Daumen oben da. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch wieder. ... ist ein ankommender Fernzug entgleist und von der Trasse gestürzt. Wir haben Meldungen von mehreren verletzten Personen und eingeklemmten Passagieren in den Waggons. Eine weitere Person droht von der Trasse abzustürzen. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall den Anschlag auf eine Bahntrasse. Opfer mit Notarzt behandeln, Opfer... Ja, okay. Gucken wir uns mal jetzt mal diese Szenerie an. Oh, oh, oh. Okay, äh... Okay, was sehe ich denn hier? Wir machen kurz Pause. Äh, auf jeden Fall, wir haben ein, zwei, drei, vier, verletzte hier vorne und müssen wahrscheinlich rausschneiden. Ein Gebäude brandt hier, drei verletzte hier und hier stürzt gleich einer ab. Auf jeden Fall, wir schicken das Drehladerfahrzeug an und der hier hin. Verstanden. Ähm, dann schicken wir auch gleich den zweiten Notarzt und einen Krankenwagen hier hin. In Ordnung. Ähm, jetzt machen wir gleich zwei, weil da hier oben auch noch welche sind. Und dann kommen wir auch noch drei weitere hin. Jawohl. Dann schicken wir hier zwei Tanklöschfahrzeuge hin, um den Brand einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Einmal hier... Verstanden. Ähm, und einmal hier die drei Tanklöschfahrzeuge. Dann einmal... ...Bustwagen einmal, bitteschön. Ähm, hier hin. Bin dabei. Und hier hin. Ist in Arbeit. Müssen wir verschüttete Opfer finden. Ja, verschüttete Personen gibt's auf jeden Fall. Dann müssen wir den Ingenieur kommen lassen. Also hier hin. Dann... Der Rettungshubschrauber natürlich nicht vergessen. Der kommt natürlich hier hin. Da, 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 den Spürhund. Rettungsfahrzeug hier hin. Wird gemacht. Und den Baukran einmal hier hin. Verstanden. Und die restlichen Notärzte dahin. In Ordnung. Die restlichen hier hin. Wird gemacht. Und die zwei Schrauber dahin. Da müssen wir eigentlich jetzt alles abgedeckt haben. Opfer mit Notarzt. Notärzte haben wir. Abtransportieren müssen wir. Brennendöschungen. Zugrausscheiden haben wir da. Haben wir da. Haben wir da. Okay. Gut, haben wir da. Also, los geht's. Da vorne kommen unsere Helis. Die Helis können ja schon ihre Arbeit machen. Also der eine Heli besonders hier. Genau. Komm mal her. Erwarte Befehle. Wo die mal schnellt, wirklich da runter. Oh. Ja, in der Gemeinde. Die fliegen weiter. Der Ingenieur kommt gleich. Die müssen hier hin. Genau. Wir machen mal ein bisschen schneller. Höre. Äh. Landet schon mal. Genau. Er landet schon mal. Der Ingenieur ist da. Der Ingenieur ist da. Wenn wir mal normale Geschwindigkeit wieder aussteigen. Schreibt mal wieder aus. Kommen wir nicht sofort hier rum. Okay. Gut gemacht. Du kannst hier landen. Na, lande mal. Genau. Die kommen jetzt nicht da rum. Schön. Die Feuerwehr ist auch gleich da. Ist der Strom weg? Äh, ne. Der Strom ist gleich weg erst. Ähm. Da kommen die ersten Fahrzeuge von uns an. Gut. Nice. Der Strom ist weg. Der Strom ist weg. Einmal bitte da hin. Äh. Die kommen genau. Nur da hin. Tanklöschfahrzeug. Kommen wir nicht nur mit dem Brand hier. Vorhaben Nachrichten. Hashtag Explosion beim Hauptbahnhof in Hashtag Köln. Schnellzug ist ein Gleis und von der Trasse geschürzt. Rettungsmaßnahmen in vollem Gangl. Richtig so. Du löscht das sofort. Die Feuerwehr müssen gleich hier kommen. Hier kommen wir natürlich schon um die Verletzten hier. Wird erledigt. Ähm. Wird das heute ein Notarzt? Machen wir auch schon, bitte. Kommen wir jetzt nicht um den Brand hier. Kommen wir jetzt nicht um den Brand. Ohne mein. Kommen wir jetzt nicht um den Brand hier. Ihr steigt beide aus. Ihr steigt auch aus. Ihr holt euch schnellstmöglich die Rettungsschere aus. Du holst ihn schnellstmöglich da runter. Was geht's? Ihr steigt alle Mann aus. Bin bereit. Bin dabei. Was geht's? Packst ihn da hin. Wir haben die Person vor dem Herabstürzen bewahrt. Gut gemacht. Genau. Schön. Erwartet Befehl. Du musst sofort suchen. Alle Personen. Ist er schon unten? Ne, noch nicht. Hör. Hör. Hier ist Platz. Hier mal alle aussteigen. Hör. Zu Befehl. Hör. Du holst ihn drunter. Ja. Wird gemacht. Du holst ihn runter. Hier wird gelöscht. Hier wird auch gelöscht. Du kannst ihn hier hinten unterstützen, dass er sich nicht ausbreitet. Ihr schneidet frei. Schneide ich dir frei. Was geht's? Mal wieder ausschneiden. Du verarzt es. Du kannst ihn hier hinten verarzen. Wird gemacht. Lass den Hund mal suchen. Hör. Der braucht es unter Kontrolle. Auch unter Kontrolle. Unter Kontrolle. Abgesetzt. Hör. Komm, hol den nächsten schnell. Ich möchte bitten, den Notar sofort hier die Person zu kümmern. Der Notar kann auch gleich hier hin. Wie mit dem anderen. Genau. Holt den ab. Dann ja, ihr löscht den. Schön. Brennen ist auf jeden Fall unter der Kontrolle. Hier ist einer eingeklemmt. Du holst ihn raus. Hör mal weg. Wird verarztet. Äh, du kommst hier hinten hin. Du kannst den hier verarztet. Jawohl. Dann, genau, der fliegt weg mit dem einen. Dann, du hast ihn. Schön. Dann würde ich den Transport transportieren. Der wird behandelt. Äh, da ist hier noch ein Notarzt frei. Der ist gleich frei. Du kommst dich um die Person hier hinten. In Ordnung. Du kannst wieder suchen. Du kannst die nächste Person abholen. Du hast es unter Kontrolle. Du hast es auch unter Kontrolle. Der ist safe. Dann einmal bitte kommunikieren. Ja, bitte. Was geht's? Der ist safe. Du hast ihn. Dann aber wieder abladen. Zu Befehl. Ist in der Arbeit. Haben wir hier noch einen Dreckungsanitäter frei? Irgendwie. Auf schneller was. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ja. Haben wir noch. Zum Glück. Zu Befehl. Du kommst dich um den hier. Ist in der Arbeit. Ist in der Arbeit. Ist in der Arbeit. Ist in der Arbeit. Du kommst hier hinten hin. Bin bereit. Du holst die Trommel ab. Sind die schon ausgestiegen? Sind die nicht? Steck mal aus. Steck mal aus. Genau. Schön. Du kommst da hinten hin. Du kannst den hier abtransportieren. Die sind auch safe. Da kannst du den hier abtransportieren. Da kannst du hier hin schnell. Die sind alle safe oder was? Ja. Du holst die da. Genau. Und den ab. Du kannst den hier schon mal abholen. Bereit machen. Du kannst den hier auf jeden Fall abholen. Hier müsste alles unter Kontrolle sein. Du kommst zurück. Du bist safe. Dann ist der auch wieder safe. Du kannst auch zurück erfolgreich. Dann. Hm 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 hm. Intensivtransport. Sollen wir den Intensivtransport noch holen? Der Intensivtransport kann 1, 2, 3. Ja komm. Intensivtransport probieren. Da haben wir gleich mehrere Personen weg. Der ist dann auch safe. Du kannst zurück. Du kannst komplett weg. Du kannst auch weg weg. So. Ihr seid fertig. Genau. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst auch weg. Ist der Intensivtransport schon da? Oder hab ich den schon geholt? Ja ich hab den schon geholt. Der müsste gleich da sein. Dann. Der ist ready to go. Da ist er ja schon. Komm mal in die Mitte. Komm mal zentral. Machen wir mal Platz für dich. Erwarte wieder mal. Ja nee komm komm. Hallo. Ja komm. Zentral. Was gibt's? Ja komm 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 komm. Du bist zentral wie lagert. Einmal wieder ausfahren. Aussteigen. Bin bereit. Du kannst nach Hause zum Hauptquartier. Erwarte Befehle. Dann bleib mal aussteigen. Jawohl. Wo haben wir den hier ab? In Ordnung. Die ist safe. Die werden abtransportiert. Du kommst hier raus. Jawohl. Dann gehen wir zurück. Was geht's? Ja. Verstanden. Bin bereit. Zu Befehl. Und safe. Okay dann kommst du da rein. Und bist hier rein. Dann ist der hier. Dann antwortet ihr bereit. Einmal rein hier. Ihr könnt weg. Weg durch. Weg durch. In Ordnung rein schaffen. Oh der parkt so hart rum. Komm. Komm. Ja. Ja schon gemacht. Fahr mal ein bisschen ran. Tut mir leid. Jungs. Ja. Ach Gott. Oh Gott. Hier ist Spaß drauf. Wird erledigt. Könnt ihr nicht. Wegen irgendeine. Oh. Komm. Geht aber rein. Du holst die nächste Person ab. Ja. Hallo. Ja. Ja. Wird die nächste Person ab. Jawohl. Ihr schreibt ein. Wird in Arbeit. Verstanden. Ihr schreibt auch mal rein. Ihr könnt wieder weg. Kein Problem. Ihr seid nicht mehr von nöden. Ich glaube auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Höre. Dann kommst du hier noch rein. Sofort. Was geht's. Du gehst weg. Okay. Bin bereit. Ja. Wird erledigt. Erwarte bis hier. Wird gemacht. Ja. Weg mit dir. Höre. Wird gemacht. Weg mit dir. Kein Problem. Ja. Bin bereit. Verstanden. Was geht's. Jetzt sind da alle drei drin. Ja. Kommt gerade. Weg mit dir. Wird erledigt. Bin bereit. Weg mit dir. Bin dabei. Was geht's. Weg mit dir. Alles klar. Was geht's. Ist deine Arbeit. Ja. Geben den langen Weg. Auch okay. Was gibt's. Äh. Dann können wir mal schalten. Dann können wir mal klein. Dann fahren wir hier hin. Zollmate. Was gibt's. Bin dabei. Ja. Dann fahrt euch mal wieder raus. Dann können wir wieder reinsteigen. Huff. Stressig. Können wir da reinsteigen. Ihr könnt alle drei weg. Und warum löscht du da. Er löscht einfach. Löscht dich. Dann. Weg. In Ordnung. Was gibt's. Ist in Arbeit. Weg. Okay. Geht zum Hauptquartier. In Ordnung. Ist in Arbeit. Ist zum Hauptquartier zurück. Danke. Ob man den ja. Verstanden. Wird gemacht. Und kommt auch wieder einsteigen. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Bin dabei. Ist es Arbeit. Einmal wieder abholen. Ihr drei könnt auch wieder weg. Ihr drei könnt weg. Wird erledigt. Dann. Wasser ist eigentlich im Großen und Ganzen. Erwarte Befehle. Jawohl. Wir müssen alle Verletzten versorgt haben. Nur noch die zwei abtransportiert müssen. Erwarte Befehle. Und dann müssen wir noch ein bisschen schneller kommen. Wir beschleunigen mal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen. Was gibt's? Was gibt's? Und dann müssen wir die letzte Person abholen. Weg, 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 weg. Der Junior kann auch wieder weg. Weg mit dir. Alles klar. Was gibt's? Was hast du überhaupt? Erwarte zufrieden, alles klar. Bin bereit. Einladen. Oh, gut. Zornman. Zornman. Einmal bitte einladen. Und zum Rückturner bei dir. Wird gemacht. Und dann müsste die Mission beendet sein. Äh, wir verfolgen ihn mal. Moin Moin. Easy. Easy going. Kleine Sneak Peek. Yo. Uff. So, und die Mission werden wir in der nächsten Folge... Ähm... Was glaub ich grad? Und diese, äh... Die Mission werden wir in der nächsten Folge machen. Wenn es wieder heißt, Emergency 2017. Ich würde mich gerne über einen Daumen hoch freuen. Über ein Abonnement freuen. Oder allgemein Feedback. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge schon wieder. Tschüss. Musik 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 Musik